Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den ermächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, ersetze zu rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dannen erkommen wird, so richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Nachlass der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es waren im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Ehren. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unserer Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der den Glauben in uns vermehren wolle. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Hoffnung in uns stärken wolle. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe in uns entzünden wolle. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erstes freudenreiches Geheimnis, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns kommen ein Reich, der wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Zweites freudenreiches Geheimnis, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns kommende ein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unserer Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre seinem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Drittes freudenreiches Geheimnis, den du, Jungfrau, geboren hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns kommende ein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unserer Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Viertes, freudenreiches Geheimnis, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unserer Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit zu den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Fünftes freudenreiches Geheimnis, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein williges Schehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gebe uns heute und vergibe uns unserer Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeitete den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre seinem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Auf die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau und Gottes Gebärin Maria, segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Praycast Gebete zum Mitbeten Eine Koproduktion von Chertamen und Catwalk